Hier wird das neue Kinderzimmer von meinem Sohn entstehen. Ich gebe euch erstmal eine leere Roomtour, außer dieses Klettergerüst, das steht schon ein bisschen länger hier drin. Den Spiegel lasse ich da einfach erstmal hängen, mal schauen, ob der irgendwann wegkommt. So sieht das Zimmer aus. Er hat einmal zwei kleine Fenster auf der einen Seite. Hinten haben wir eine große, lange Wand. Leider haben wir hier ein paar Schrägen, aber da lässt sich auch was Schönes draus machen. Er hat tatsächlich einen Balkon, der aber jetzt in den ersten Jahren natürlich erstmal abgeschlossen wird, damit der sicher ist für ihn. Aber ich glaube, für später ist das ganz cool. Da kann man auch unseren Garten noch erkennen auf dem Video. Hier in der Ecke ist auch schon was entstanden. Da ist schon so ein kleines Bällebad und ein Vorhang. Aber ja, mal schauen, was wir aus diesem Zimmer alles zaubern werden. Das ist übrigens sein aktuelles Babyzimmer. Und der Grund, warum wir wechseln, ist, dass das andere Zimmer einfach größer ist. Und wir uns gesagt haben, wenn wir den Platz schon haben, können wir dann richtig schönes Spielezimmer draus machen. Und sein jetziges Babyzimmer wird dann irgendwann das Kinderzimmer für Baby Nummer zwei. Beziehungsweise spielen können sie dann auch in den großen Zimmer zusammen. Ich habe jetzt heute schon die erste Sache bestellt und beziehungsweise mein Freund hat sie gestern abgeholt. Und ich baue sie heute auf. Ich habe mir so zwei Trofast heißen die, glaube ich, Regale von Ikea bestellt. Da dachte ich mir, kann ich super sein ganzes Spielzeug und so weiter reinsortieren. Der Kleine hat natürlich auch fleißig geholfen beim Aufbauen. Und ich brauche gleich zum Schluss auf jeden Fall mal eure Meinung, wo ich das am besten in den Kinderzimmer hinstelle. Ich kann es natürlich noch umsortieren und auch immer wieder umstellen. Aber ja, sagt mir gerne mal zum Schluss eure Meinung. Und ich finde, ein bisschen beißt sich das mit der Fußbodenfarbe. Aber da ich eh noch einen riesigen Teppich hinlegen möchte, lasse ich das erst mal so. Vielleicht werde ich es irgendwann noch ölen wie den Boden, aber mal schauen. Hier seht ihr jetzt einmal beide Varianten. Schreibt mir mal rechts oder links in die Kommentare, was ihr schöner findet. Und folgt mir gerne, wenn ihr die Kinderzimmer umgestellt und verfolgen wollt.